Hallo und willkommen zu Jacks World. Heute habe ich zwei von meinen Freunden dabei, Sam und Niki und mit denen fahre ich jetzt heute mit den RC-Autos. Wir machen einfach ein bisschen Spaß in der Bruderwelt. Ich freue, dass ich auch mitfahren darf. Egal, besser als Schreiber. Ah, da hat man so kippt die Straße. Hier, dann da so hoch. Ah, da ist auch ein Fehler. Ah, hier. Wir machen das. Warum? Wir machen das. Oh... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.